Dieser Mercedes-Benz C180 ist hier zum Verkauf angeboten. Die graue Limousine hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 10.000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2015. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat, Start-Top-Automatik und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 156 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,4 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017